1, 2, 3! Ich bleib mal weiterhin bei der Pistole. Ich kann mit dem Bogen nicht so gut umgehen. Ich hätte ihn gerne benutzt. Warum trittst du die Tür immer ein? Ich schleiche mir den Arsch ab und du trittst die Tür rein. Okay, das ist ein Zeichen. Wir müssen uns merken, hier ist Öl. Öl brennt aber nicht immer gleich. Das ist also irgendein anderes Heizöl. Öl-Nasa-Öl. Fipsy ist total vorgegriffen. Da ist was. Der ist hier müde. Nein, ich bin Quatsch. Alter, die Schlafenszeit ist vorbei, Leute. Lass mal Fipsy kämpfen. Was macht ein Fipsy da? Alter, die alle! Bam! Kommt Leute, es gibt hier ein bisschen was zu brennen. Zack! Rein! Monster! Monster! Ist ne Monster Party! Ja, passt. Lass! Warum? Ich dachte, er könnte an der anderen Seite vielleicht vorbei, aber nein. Ich bin voll dabei. Aber gut, Alter. Wir haben irgendwie, glaube ich, gerade 5, 6 getötet mit 2, 3 Schuss. Also das ist schon... Geil. Das war unnötig. Ne, die hatte noch im Kopf. Der war eine Hälfte. Ah doch stimmt, da war nur eine Hälfte. Das sah fast ganz aus. Ja. 400 ml grünes Geh und die anderen sind verbrannt, weggecheckt. Egal, wir haben die nicht mehr am Arsch. Und weiter geht's. Und Fipsi hat sie daneben gestellt und nichts gemacht. Fipsi halt, ne? Was macht der auch? Der rußt sich auf den Plazenta raus. Der hat ja gerade erst mal ein bisschen Plazenta genuckelt. Jetzt kann er erst mal... Jetzt merkt... Jetzt kann er... Munition im Schrank! Jawohl, Munition, 4 Schuss, whoa! Genau. Linke Seite, linke Seite, hart hart. Guck mal, jetzt ne kleine Babyklappe. Oh, 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 oh! Oh Gott! Oh Gott! Das ist Abtreibungseikel. Ja, was kann ich denn dafür, wenn die das da hinten bauen? Die Babyklappe. Boah, ich will nicht wissen, was die hier für Untersuchungen gemacht haben. Party, das ist ein Zwei-Stühle. Wow! 600 Milliliter! Yeah! Da ist eine Spritze! Spritig! das war Monster Energy Drink, der beste Energy Drink, der auf dem Markt ist Monster EV Monster EV Ach, ich muss wieder aufdrücken, ganz genau Ja, dann machen wir das dann Und dann setzt ihr einen Schuss Ja, wir können jetzt auch Ja, wir können jetzt sogar vier Wo? Da Da Fipsi vorgefunden Fipsi, gib ihm Geh hin Lass sie, gib ihm Gib ihm, schlag ihm Ja, ich bin hier abhängig geblieben Hey, Fipsi, schuss hier Genau Burn, Maser Wollt er voll abgespritzt Hier, guck mal, der Kopf ist ab Sexismus ist voll assi, Alter Findest du das auch so witzig wie ich? Oh Wie konnten wir nur Kannst du ja die Schränke nicht kaputt machen Warum trittst du immer die Tür? Ich weiß nicht Ja, weil Fipsi ja vorgehend Das macht Spaß Oh, hier, guck mal, hast recht, da ist er Sag nicht so Natürlich war das Das war einfach nur Einbild Du bist schon fertig vom Spiel Nein, der war wirklich in der Luft Natürlich war der in der Luft Aber das war Luftstuhl Stuhlluft Ja, aber Da ist gerade Die Schüsse haben die Schüsse Dann habe ich keine vielleicht kann ich jetzt kommt jetzt die ganze erste das kann er werden so wird sich hier schärfen nach oben da das ist nicht die Korte die Börse der Fall ist die Darmstadt der Zeit jeder andere hat in den Umfeld gebraucht wird fertig die Asiaten haben einfach so die Rolle der Berliner Flughafen innerhalb von einer Woche Ja, ich weiß, die haben echt Skill. So, oh, hier gibt es wieder Wanne. Da kommt ein wieder, oh. Er hat schon wieder einen Tinnitus im Auge, er sieht noch falsch. Tinnitus, Fipzi will uns am Arsch. Das ist Agne, das ist Agne. Fipzi ist sauer auf uns. Was, wie könnten wir Fipzi nur verärgert haben? Weißt du es? Weißt du es? Vielleicht hätte er auch Syphilis im Gesicht, du hättest ihn nicht ficken sollen. Guck mal, er hat sich jetzt schon wieder berappelt. Aha, meinst du? Die Pusteln in seinem Gesicht sprechen dagegen. Guck mal, jetzt hat er nur noch Nasenbluten. Joseph, nachdem was mit Connors... Joseph heißt... Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging es nicht so gut, aber... Das haben wir auch gesehen. Rasier dich mal. Was soll der denn auch antworten bei euch, ob du gerade ein Zombie-Anfall... ...git etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Den weiß ich noch nicht bei mir zu drücken, tut zu dir nichts. Der hat auch noch Lungenkrebs. Knall den doch einfach ab. Drich mir dich auf die Füße. Krattenboxen ist aus. Na, nein, 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 nein. Sieht aus wie ne Leiter. Ja, im Klo ist so ne Leiter, oder was? Durch 20 Meter hohe Betonschächte geht's dann weiter. Er weiß, was das mal für ein Hospiz macht. Ja. Da hat Ted Mosby echt scheiße gemacht. Er wollte doch kein Mordhaus bauen, hat er gesagt. Eure Munition. Amo. Benno, ich hab wieder Geländermunition für dich. Alter, ohne Scheiß. Das Ding guckt euch an. Waschen hat ohne Mist. Das... Das musste ich einfach sagen, du weißt. Das war der innere Druck. Aber ich muss mal die Schrotflinte... Dein innerer Druck ist FSK 18. Die Schrotflinte muss ich mal in die engere Auswahl legen. Nimm mal den Bogen. Tu mal lieber den Bogen. Tu mal lieber den Bogen. Ich will für den Fall der Fälle mal eine Rückhand haben auf der Schnellauswahl. Wir müssen weiter, Alter. Spiel doch mal mit dem Bogen. Und dem Fall, den du nicht mitnimmst. Ich glaube, wir müssten den Bogen mal beim nächsten... Genau, bei der nächsten Gelegenheit leveln. Weil wir können immer nur zwei Pfeile mitnehmen. Da rechts ist eine Tür. Rechts ist eine Tür. Zu spät. Ja, aber die auch. Ja, aber da kann Musik raus. Ach, die Musik ist immer nur in deinem Kopf. So, die schweizsame Frau, die würde ich den Haus mitlassen. Nein, nein, nein. Urindusche. Holt mich aus diesem Ding raus. Golden Rain. Warte. Golden Rain. Golden Shower. Es ist auch ein Pornospiel. Golden Shower. Ja, auch COPD bestimmt. Und Adipositas. Lass sie doch machen, wenn sie den Geldweg irgendwo brauchen. Hipsi. Wechselreich gelandet. Nee, der ist auf ihm drauf gelandet. Joss, bei dir alles gut, gut. Gönn dir. Du solltest lieber runterkommen. Ich wollte eigentlich noch mal. Du solltest lieber runter. Komm mal lieber runter. Hörst du sie bitte runterkommen? Ja, das donnert da. Da ist eine richtig fette Party am Laufen. Guck mal lieber ein Pfeil. Bam. Gib ihm. Bam, das war gut. Betroffen. Ja. Warte. Ah. Ah. Das ist Explosivfall. Echt? Exklimitier? Ja. Der Exklimitier wirklich. Ja. Guck gar nicht. Aber das ist nicht gut, ja? Wir haben so wenig Munition. Das ist nicht gut. Voll. Fuck you. Komm, das gibt ein Able. Finde das auch. Das nicht. Das kann ich sein. Daneben. Aber wenn der haut, dann kann ich nicht treffen. Ich sitze doch nicht daneben. Das sagst du mir oder? Du hast Granaten. Du hast Granaten. Scheiß auf den Asiaten. Du hast die Granaten. Ich betach's ins Gesicht. Das tut doch weh. Was hast du denn da? Wirf die Granate. Wirf die Granate. Wir müssen hier unbedingt immer Feuer geben. Okay, leg Feuer und wirf die verdammte Granate. Wirf ihn. Scheiß auf der Asiaten. Wirf die Granate. Wir nehmen die Granate mal jetzt auf den unteren Steckplatz. Die Granaten, die dauern zu lange, um da mal was effektiv zu erreichen. Meinst du? Die Gerste Co. Meinst du? Das ist so effektiv. Ich will das mal effektiv. Das ist mit der grönen Schauer, Alter. Die ist bald abgesoffen, die Alte. Hier, Feuer. Scheiß auf die, Alter. Nein. Wir brauchen die noch, ne? Ja, ich glaube, wir brauchen die noch. Kidman heißt die. Kidman. Oh, wie ein Naxx. Nicole, kannst du die mal rausholen, ne? Oh, oh, was ist das jetzt? Für ne Scheiße. Zu spät. It's too late. Du voll scheiß. Guys, it's too late. Äh, jetzt muss ich ihn doch schon wieder umnieten, oder was? Ja, aber du hast doch noch ne Granate. Ja, aber das nützt ja. Ezio! Ezio! Yo, alter Broman. Uns waren die Gegner hinterlassen Spuren. In der Unterhose. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, wir müssen mit euch nicht spielen. Mal speichern. Ich lass mal speichern. Speichern ist nicht schlecht, weil, falls wir dann jetzt hier irgendwann aufhören müssen. Ja. Damit wir hier wieder anfangen können. Ich hab's gewusst. Ja, ich auch. Anmeld. Haben Sie es? Ja, ich hab schlecht. Ja, lass mal lieber. Haben Sie? Was haben Sie? Nicht ansprechen. Ich hab's vergessen. Chin Chin. Ja. Chin Chin. Chin Chin. Chin Chin, das ist geil. Say yay yay. Aufpuppen. Chin Chin Chin. Du hast es vergessen. Ja, warum ist es nicht? Ich würde mir das sammeln erstmal noch ein bisschen was, dann können wir uns aufpuppen, weil wir uns die Kinder am Start haben. So. Jetzt weiß der, was sich erwartet. Kann er die nicht doppelt auftreten mit zwei Beinen? Ja, er ist an Sohani. Bum, bum, bum. Puff. Mit einem Sprung. Pff. Ich trete dir gleich in den Arsch, aber mit beiden Beinen gleichzeitig. Holt mich aus diesem Ding raus! Nö. Imperativ. Von der... Holt mich raus! Aus diesem Ding! Hä? Ja. Du solltest lieber runter. Noch nicht. Ich werde das nicht mehr auf die Schnittauswand legen. Warte! Ich komme! Ich komme! Darunter! Wie ein Fick und fertig. Ich bin so Fick und fertig. Ich bin so Fick und Fockzie. Granate! Wir machen mal den geliebten Boden von Jason. Ja. Ja. Gebi! Gebi! Huch! So ein voller Unterteilung! Scheiße! Im Fluch setzt er sich hin und schüttet uns. Ja, Elektrobolzen. Nicht auf Joseph. Alter, Joseph kriegt gerade hart einen gegen Joseph. Joseph, Alter. Joseph ist voller Marsch, also. Blendbolzen. Das ist ein Blendbolzen! Der blende den Zombie! Der schadet den Zombie nicht! Der schadet den Zombie nicht! Dann schlag ihn! Du sollst den Zombie vertrauen! Maximaler Aufzug! Das ist ein Kostabschlagen! Oh, Alter, schlägt 300 Euro drauf und nichts passiert. Benutzt sie auf die Gama? Scheiß auf den Asiliat, hier! Alter! Gebe im Raum! Yo! Ich bin nicht einmal der Nebenschieße, bist du schon drauf, Alter, nur nur weil das Geländer gekillt. Guck mal, unser Fipsi stirbt gleich, ich glaub, da sind wir auch im Arsch, wir müssen auf ihn aufpassen. Da kommt Lutz! Lutz! Alter, dann machen wir Fipsi die Bärle! Alter, drei Headshots hintereinander, wer jetzt nochmal was sagt, der kann nur mal einen lutschen. Das darf man nicht sagen. Komm, Fipsi, geh da weg, Granate! Granate! Da geht noch mehr! Oh! Das war ineffizient! Der wirft die Axt! Das war auch wieder so'n Scheiß! Der füllte viel! Der steht auf die Beine, dein Schaukolle! Boah! Junge! Wir müssen erst mit der Axt wegschießen! Wegschliefen! Das ist ein guckay-Zombie! Wir müssen erst mal gucken, dass wir uns jetzt heilen! Das ist ein guckay-Zombie! Wir müssen erst mal gucken, dass wir uns jetzt heilen! Guck mal die Olle raus, du von dich heiz! Warum heilt sie dich denn? Ja, weil wir Energie verloren haben! Alter, das bisschen... Ey, grüner Saft! Du heilst 33... Woll die Olle raus! Woll die Olle raus! Woll die Olle raus! Woll die Olle raus! Ja, woll die Olle raus! Ja, wie denn? Ja, keine Ahnung! Geh mal hin da! Die ist schon voll im Urien drin! Geh mal hin da! Wir müssen hier hinten irgendwo das scheiß... Ventil abdrehen! Abdrehen, Mann! Mach das mal lieber! Ja, wie? Keine Ahnung! Lauf! Folg dem Ventil! Hier geht's ja nicht lang, ey! Na klar! Durch die Kiste! Wieso geht das nicht auf? Ja! Das bringt mir nix hier zu gucken, Junge! Gell? Die schwimmt! Die haben die Ola Mietchen! Wow! Pfff! Die haben die Ola Mietchen! Die haben die Ola Mietchen! Pfff! Pfff! Okay! Es speichert jetzt! Also das ist schon richtig! Okay! Es speichert jetzt! Was sollen wir machen das jetzt? Ich wollte echt dem Weg folgen! Im Rohr folgen! Vielleicht geht's ja jetzt! Hier! 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 Mission mitnehmen! Das Spiel ruckelt total! Wir müssen das Update auf jeden Fall wissen! Ja, stimmt! Aber... Da hinten! Da müssen wir hin! Stolper Zombies! Ja! Scheiße! Ich dachte ich kann jetzt ihn anziehen! Ja! Na! Joseph! Zünd ihn an! Ja! Jetzt! Jetzt! Ich guck mal wo das Rohr langläuft! Kannst du mir das Rohr schießen? Ich weiss nicht! Wir müssen glaube ich erst die Gegner umlegen! Okay! Nicht Joseph! Oh Gott! Joseph! Nimm mal den Dynamizombie! Kann man mit dem vielleicht irgendwie... Was machen wir? Was machen wir? Jetzt hab ich das in den Dynamiz getroffen! Dünger mit! Dünger mit! Dünger mit! Dünger mit! Du musst was runterladen! Wir müssen hochlaufen! Mit dem da... Okay! Wo ab! Zünd ihn an! Der wirft Dünger mit! Zünd ihn an! Was ist das? Ich bin hier von meinem Augenblick! Achtung! Wir haben Dynamiz! Scheiße! Halt! Ja du musst doch mal irgendwie mit dem... Nimm! Schieß! Schieß! Du musst irgendwie mit dem Dynamizombie! Fuck you! Das Ding kaputt machen! Nee ich glaube wir müssen erst die... Wellen ab! Alles! Und jetzt müssen wir glaube ich das scheiß Ventil finden! Da ist doch Wasser der Nähe! Es kommt noch mehr! Ja! Ja! Ich spiel nicht der Nähe! Du musst die Olle halt weiterschwimmen! Kann doch noch! Nee ich meine du musst vorher! Du musst das ordnen! Dann werden wir nicht auf! Er ist der Joker! Das ist ein fetter Joker! Oh! Der Joker hinten ist einfach so dicker! Das war klar! Das war okay! Nix gebracht, Alter! Ich bin Kotze! Ich häng hier in der Scheiße! himmel! Du bist normal! Dann steh부분 den Fettsack! Scheiße! Wöw Sind das denn? Du lachst selber! Daher sind schon hintereinander! Wer ist jemand! Sagt jemand was hier! Diese verfickten Dichser haben diese scheiß Kopfschutz. Maske. das ist eigentlich nicht mehr wie viele Minuten Antivirus mach das weg man 18 Minuten du hast noch eine Minute den Tag zu retten guck mal ich hab's jetzt alle weggebrochen ja jetzt kommt eine was noch eine Minute den Tag zu retten so ich hab sie mich machen euch schreibt in die Kommentare wie ihr diese tolle Folge fand ne ich hab nur eine Minute Leute sagst du dir doch wie Zombie wenn euch das dir gefallen hat ein Daumen nach oben wär sehr sehr nice das war das letzte Streichholz so wir müssen jetzt noch versuchen diese Scheiße hier fertig zu kriegen ok dann gönn wir dann geh doch mal den Rohren hinterher ich glaube jetzt kann man hier wartet hart na ob du dir mit der Kiste die Tür verbaut hast ich glaub nicht ja was sein Ventil ablassen ja ja ich mach die Hälfte doch für sie die Zeit läuft auf jetzt läuft die Zeit auf jetzt läuft die Kiste jetzt läuft die Kiste ok ja klar es steht jetzt bis zu den Knien das ist klar wir können hier nicht speichern wir machen das hier genau wir sind jetzt weg aber wir hören unsere Stimmen noch jetzt wieder zurückzuziehen ja was soll's was soll's dann machen wir das noch warm mit der Axt insge ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie Frank Buschmann durch ein Gefängnis alles voller Zombies alles voller Zombies ja dann nicht mehr ruh dich erstmal auf leg dich erstmal wieder hin genau und weiter und geht die Puste aus überall Zombies die uns attackieren können mit Dynamit schöner Headshot von Icon der Zombies noch ein Headshot ohhh das ist Dynamite da müssen wir erstmal eine Spitze geben wir haben ja noch 3 in Reserve das ist Doping Doping für die Haare wir müssen uns aber beeilen bevor die komische ja dann krieg mal lieber ja jetzt den krieg ich nochmal auf Kreis ne ne mit R1 es muss noch ein Bedienfeld geben na hier steht das Wasser bis zur Hüfte eben schwamm sie so wo sie hin jetzt stecke das Wasser bis zur Hüfte hier und das Ventil was warte Leute ihr müsst mir helfen ok stell die obere auf 22 und die untere auf 5 was ist denn da obere 22 und die untere 5 ein weiterer Stopp runter 22 und 5 ja ja ist ja gut Fipsi so gib ihm nice ja urin forever urin forever urin forever nicht unklar oh oh das ist nicht gut oh ja 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 endlich sind die weg die am ehemal so n Nicole Nicole Kippmann das hat unsere Audienz jetzt nicht gesehen Halt doch ich komme nein die haben uns nicht gesehen also wir nehmen die Axte aber die Axte ist effektiv benutzen das war das Mission mit dem Gott an das kann nicht durch oder sie doch wie sie entgegen Gruber aus so ist der Gegner Grube die Leichen die scheinen alle nicht entflammbar zu sein okay das war schon mal gut aber auch nicht da war auch ich noch mal durchs Loch war deswegen aber dann können wir müssen wir jetzt auch gleich speichern können hoffentlich nochmal will ich diese Action Szene da unten haben wir gerade gespeichert ja vor der Action Szene haben wir gespielt ein Zombie mit der Axt ins Gesicht wo ist er schon mal stehen guck mal rein nein ja nochmal bam 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 das ist original du bist voller Scheiße wir haben noch neun Schuss wo sind wir jetzt im Teufel überhaupt gelandet ey Kanalisation oh und down he goes nice nice in der Blutkanalisation ja Cadman wo bist du Munition und geh fünf Schuss und 600 Milliliter jetzt haben wir die Milliliter Einheit eingeführt hm hm hehehe ja kannst du hier reingehen rechts ich geh mal die Milliliter ein ja kann yeah noch mehr Gel und Teile nochmal 600 Milliliter boah zwei Teile was ist denn mit den Leuten hier los ja die Chillner wurden dann festgenahnt abwärts 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 ein Hänger Fliffhänger schlaf mal lieber zu ich würde eigentlich Feuer machen ne wir auswählen Schleichhölzer echt nicht? nein wir auswählen Schleichhölzer geht das nicht hohohohoho ist ja nicht der Ninja da ist denn der jetzt mal? f*** dich f*** dich f*** dich darf man nicht sagen ich weiß ah um hart slap slap in the neck uuuuuh das ist hart das schwack da juhu da hat der Eiko mal vorgelegt na na heb mal lieber auf das sind grüne Soße 200 nochmal 200 können wir ja bald ein Wegematerial schreien super lang sollen die NPCs mal ihre Munition verschwinden? ja er guckt bamm nochmal ah ist gut slap him slap him slap him slap it oh f*** ich nimm den Tick-Tack weg ich hab schon voll drauf geschossen das ist passiert Sebastian 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 das bist du Mann oh wenn du so neben dem Fenster daneben schließt komm alter Geländer Joey wie alt die Fresser er hofft den Dicken zu drehen ja ich wollte den anderen drehen ja ja wieso zwei Schuss für das Sturmgewehr ne das ist für das Scharfschützengewehr die sollten ja mal wieder equippen okay alles nur noch auf die Schnellablage packen mach das mal lieber mach das mal lieber anstelle der Schroflitte mach doch auf man mach doch auf mach doch mal die Tür auf jetzt hier äh 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 meinen wir den nochmal wieder ne Puppi wieder auf das ist Beatrice der muss ja jetzt mal die Tür aufmachen hier damit wir mal speichern können ne ne der steht davor mit hinten in den Taschen vielleicht musst du die Tür aufmachen oder mal ein neuer oder mal ein neuer ja wenn du nicht gekommen wärst ja das wäre da ne ja 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 dann wären wir jetzt hier nicht die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen nein Sebastian vielleicht können wir sie an hier an so das Kippen wenn Sebastian sie dann von drüben öffnet alles klar ihr Team alles klar das ist bestimmt irgendwie so die andere irgendwie hübsch ja wir sind die wir sind wenn sie nicht machen können was davon hat es loslassen wo 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 ja hoffentlich macht jetzt die Tür auf uns na oder Manuel Neuer weiter jetzt Manuel Neuer oder eine Coke Zero na oder aber es gibt jetzt einen festen Bosskopf scheiße Tür echt auf den den das hat sie nicht von der anderen Seite geschafft ist klar wo man so umgreifen hätte können ne Gott sei Dank ist oh 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 da liegt einer da liegt einer langer Gang mit Blut und Leichen und und Ezio fette Schopf wieder und sie ist weggecheckt alles ist weggecheckt oh oh wie schon wieder nein die aha die Spinnenfrau Spinnenfrau ja die Tür diese Tür sagt mir dass wir speichern können und bevor wir hier ja speichern doch mal lieber speichern wir drücken wir unser Gesicht in ein Spiel und fahren nach Hause genau diese Folge ist erstmal vorbei diese Session ist erstmal vorbei bis zur nächsten Folge danke fürs Zuschauen und bis dann kann es euch mal ausmachen ja mal auch ja mal auch ja mal auch pfff pfff